Für dieses Video habe ich mir die Elemente von der vorherigen Lektion schon drauf gelassen, denn es eignet sich hier gut, Dinge zu veranschaulichen, die ich euch jetzt unter dem Ansichtsreiter zeigen möchte und ich habe mir gedacht, es kann ja auch nicht schaden, sich diese schwierigeren Dinge nochmal genauer anzuschauen und vielleicht sich damit noch mehr vertraut zu machen, deswegen bleiben diese jetzt hier auf der Matte. Aber es geht jetzt um ein anderes Thema und zwar um die Ansicht. Wenn ich jetzt auf diesen Reiter drauf klicke, dann seht ihr einmal die Möglichkeit zum Zoomen. Ihr habt eine Ansicht der Linien und Eigenschaften und die Einheiten. Die Einheiten haben wir ja schon besprochen, das kann man zwischen Zoll und Millimeter umstellen und auch das Zoomen habe ich kurz erklärt. Diesmal möchte ich euch aber auch wirklich zeigen, wie es aussieht, wenn man hier die unterschiedlichen Dinge drückt. An Matte anpassen, wenn ich da jetzt hinauf drücke, habt ihr nicht viel gesehen. Hier wird einfach die Matte so groß dargestellt, also es wird so hingesumt, dass alles zu sehen ist, was es innerhalb dieser Matte liegt. Das nächste, ich wähle mir jetzt hier zwei Elemente aus, ich möchte nur diese beiden hier haben. Im Ansichtfeld sagt mir an Auswahl anpassen. Ich habe diese beiden Elemente ausgewählt, jetzt sage ich an Auswahl anpassen und ich werde jetzt so weit hineingezoomt, genau zu dieser Auswahl, dass ich hier gut weiterarbeiten kann. Wenn ich hier dann fertig mit meiner Bearbeitung bin, kann ich hier wieder auf die Ansicht gehen und sagen an Matte anpassen. Und jetzt seht ihr, wie ich dann wieder die gesamte Matte gut in den Blick bekomme. Die Ansicht gibt mir dann noch die Möglichkeit an den gesamten Inhalt anzupassen. Das heißt, es wird ein bisschen reduziert von der Matte und wirklich nur alle Elemente, die drauf liegen, werden eben in der Gesamtheit mir dargestellt. Jetzt kommt es natürlich darauf an, wie viele Elemente da drauf liegen, ob sich dann viel in der Ansicht ändert oder nicht. Und abgesehen zu diesen Möglichkeiten kann ich das auch prozentuell hier einstellen. Ich kann sagen, bitte ich möchte die 100% sehen oder auch wirklich groß, 400%, dann muss ich aber selbst hier mich bewegen und mich versuchen zurechtzufinden. Das ist vielleicht ein bisschen unübersichtlich, aber um schnell aus so einer großen Ansicht herauszukommen, kann ich einfach wieder sagen an Matte anpassen und ich habe die Matte wieder schön im Feld. Das ist ganz praktisch, hier mit dieser Ansicht hier zu arbeiten, das mag ich sehr gerne. Darüber hinaus kann ich mir die Ansicht der Schnittlinien geben lassen. Damit es ich euch hier auch veranschaulichen kann, muss ich aber zuerst euch was zu diesen Schnittlinien dazu sagen. Wenn ich mir jetzt ein Element auswähle, so wie hier, kann ich entweder anhand der rechten Maustaste auf die Eigenschaften gehen oder hier oben auf dieses Symbol klicken und auch hier werden mir dann die Eigenschaften angezeigt. Und hier kann ich dann einstellen, ob der Linientyp, der hier in meinem Objekt verwendet wird, ob das eine Schnitt-Zeichenlinie sein soll. Das heißt, ich kann damit dann am Gerät selbst schneiden oder zeichnen. Ob es eine Schnittlinie sein soll oder ob es eine Zeichnungslinie sein soll. Ich zeige euch jetzt das anhand einer Zeichnungslinie. Und hier das obere Element mache ich eine Schnittlinie. Und nur damit wir es auch gesehen haben, nehme ich noch ein drittes Element und kann auch euch hier zeigen. Ich kann sagen, ich möchte hier eine andere Linienart. Ich nehme eine gestrichelte Linie. Und es soll auch eine Zeichnungslinie sein. Das wäre zum Beispiel für eine Falzlinie so einzustellen. Gut, jetzt haben wir hier unterschiedliche Linien definiert. Wenn ich auf ein anderes Objekt gehe, ist automatisch standardmäßig eingestellt Schnitt-Zeichnungslinie, sodass beides möglich ist. Außer es ist eine andere Linie als eine durchgängige Linie, sieht man auf den ersten Blick nicht, um welche Linienart es sich hier handelt. Und ich habe die Möglichkeit, wenn ich auf Ansicht gehe, kann ich sagen, ich möchte bitte nur die Schnittlinien angezeigt bekommen oder nur die Zeichnungslinien. Jetzt gehe ich mal nur auf die Schnittlinien und ihr seht, was mit den Zeichnungslinien passiert. Die werden mir jetzt leicht ausgegraut angezeigt und auch in einer anderen Darstellung. Es sind keine durchgängigen Linien mehr und ich sehe wirklich nur, was hier Schnittlinien sind. Das kann ich auch natürlich wieder ändern und sagen, ich möchte bitte nur die Zeichnungslinien sehen. Und jetzt seht ihr, dass die Linien, die sowohl Schneide- als auch Zeichnungslinien sind, zu sehen sind. Dann meine definierte Zeichnungslinie natürlich auch. Und die reine Schnittlinie, die wird mir jetzt ausgegraut dargestellt. So könnt ihr zum Beispiel eben gut überprüfen, wenn ihr eben Karten macht mit Falzlinien oder anderen Boxen oder was auch immer, ob ihr die Linien richtig zugewiesen habt, ob alles richtig und gut aussieht, bevor ihr es dann an euren Plotter schickt. Dann nehme ich den Haken hier wieder heraus. Dann kann ich die Mattengröße, das habe ich euch auch in der Übersicht schon erklärt, mir hier wegnehmen lassen, dass ich auch wirklich nur die Bearbeitungsfläche sehe. Das entspricht eurer Vorliebe, wie ihr lieber arbeiten mögt. Und die Eigenschaften anzeigen, wenn ich jetzt hier diesen Haken entferne, wird dieses Fenster hier verschwinden. Allerdings nur so lange, bis ich mir wieder ein Objekt auswähle und das Eigenschaftenfenster mir wieder einblenden lasse. Und automatisch, wenn ich das einmal gemacht habe, ist hier der Haken wieder gesetzt. Ja, das war es, was es hier zum Ansichtsreiter zu sagen gibt. Ich würde sagen, wir gehen jetzt weiter und schauen, was es hier noch so alles für Möglichkeiten für uns zur Bearbeitung gibt.